Und was will er jetzt machen? Eine Bunkerbombe? Ja, genau. Ja, klar. 25 Gesundheit, fick dich doch. Oh, ich bin doch nicht ganz so sicher, wie ich dachte. Die Pfeife. Bunkerbombe. Naja. Kann ich eigentlich nichts mit begucken. Ja, scheiße. Das war scheiße, Leute. Dann scheiße auf meine Sicherheit und versuche den erstmal irgendwie leicht anzudetschen. Moment. So, nehme ich die Waffe hier. Bam. Nochmal, komm. Gib mir ein Bam. Wow. Moment, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Scheiße. Ich will auf seinen Koopf. Ich will nach festnageln. Nagel. Ja, mach dasselbe wie gerade. Hm. Aber wie ich da genau vorgehen soll, war sie jetzt auch nicht. Das sind wieder so viele Leute. Ach du Scheiße. Komm nur noch schneller zu mir. Kiwi. Yes, Sir. Okay. Zack. Und tot. Oh, I'm gonna peg it. Tschüss. Ja, was mach ich denn jetzt? Äh, Matt und Lanze. Oder Mähd. Ja, toll. Jetzt hab ich ja noch eine, eine, äh, Muni. Eine Muni, einen, äh, Schuss. Ähm. Das bringt mir nur leider auch nichts. Aber dafür hat man jetzt ein bisschen mehr Zeit. Das ist doch schon mal was. Juhu, selbst getroffen. Ich glaub, die sind jetzt schon bei mir. Der lief dir jetzt bestimmt eine Granate rein und dann ist er da, oder nicht? Aufs Fass, aufs Fass. Ja, bleib da. Bleib da. Der springt sowieso wieder zurück. Hä? Ja, klar. Du bist jetzt sowas von weg, Junge. Ja, genau. Und dann kann er noch weggehen. Super. Richtig schön. Äh, soll ich mich jetzt hier einkerkern? Moment. Mach ich so. Und dann so. Ja. Das ist gut. Weil so kommen sie vielleicht auch nicht mit einem einzigen Schuss schon durch. Was hat er denn vor? Oh, was ein Idiot. Und jetzt wartet er wieder. Ich glaub nicht, dass er nochmal schießt. Sehr schön. Dann Luftangriff auf das hier. Ja, Bäm. Ähm. Alter, ist er weggeflogen. Wow, 90. Tschüss. Und fliegst du weg? Na, schade. War zu schön gewesen. Der New Yorker ist dran. Er kriegt mich sowieso nicht. Rip the Deluxe an. Unertastbar. Hey. 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 Was hat der vor? Oh. Oh. Will der da jetzt reinballern? Hey. Hä? Versteh ich nicht. Ah, okay. Ja, sinnvoll. Sehr sinnvoll. Hat sich voll für ihn gelohnt. Total. Ja, da ist er ja weg. Ah, geil. Hm. Ja, Sir. Keine Ahnung. Ich komme nicht raus. Ich kann nichts machen. Nee, das behalte ich noch. Ich werde mir dann jetzt wahrscheinlich hier mal ein Loch ausgraben. Aber das bringt es auch nicht wirklich. Scheiße, Mann. Was mache ich denn? So, vielleicht. Jawohl. Scheiße. Jetzt... Jetzt komme ich ja nicht nach links. Und ne Bombe reinwerfen wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu krass. Ähm. Merlin und Lanze. Merlin. Hey. Pfeife im Moment. Jetzt sind ja noch viel zu viele Leute. Oh, was hat der denn vor? Ja, klar. Noch ein bisschen übertriebener. Äh, äh. Äh, Angst? Angst, runter zu fliegen. Du vielleicht? Ja, toll. Wieso bleibt die denn nicht irgendwo stecken hier? Kann doch nicht wahr sein. Wieso rollt die denn runter? Wieso ist das Spiel so realistisch? Vielleicht doch schon, der trifft sich. Ja, genau. Gleich sind sie durch. Obwohl das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Bäm. Sinnvoll. Schaden gekriegt und... Ja, okay, dafür kann ich jetzt... Woanders hin. Ich könnte jetzt da rausfliegen. Nur dann bin ich nicht mehr in Sicherheit und kann total bombardiert werden. Und das ist dann mein letzter Zip. Also war das auch nicht schlau. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich weiß, wie viel ich das angehen soll. Ach, so. Äh, Elektromagnet. Das ist ja auch Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn eigentlich. Porten kann ich mich nicht. Und dahin? Ja, toll. Wie soll ich denn das machen? Ich glaube, ich kann mal was Schwachsinniges machen. Das geht? Ne, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, heute kommt wieder aus dem Wasser raus. Was macht er denn? Moment. Ich gehe mal an einen anderen Ort. Wow. Cool. Ja. Ja, ja. Haha, ich bin bei euch. Scheiße. Wieso hat er das nicht nochmal gemacht? Wow, das war knapp. Aber wieso hat er nicht nochmal der Jetpack benutzt? Das ist doch voll scheiße. Jetzt bin ich tot. Die treffen nur so oder so, die Leute. Jetzt nimmt er seine Bazooka und schießt mich einmal ab. Oh cool, ich lebe noch. Fett. Und jetzt? Wohin? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich will das haben. Ist das ein Armageddon oder sowas? Kann das? Ich probiere das jetzt. Ich hole das jetzt. Ist mir egal, wie ich da hinkomme. Ich schaffe das schon. Give it to me. Ich will es haben. Give it me. Los. Betonese. Oh Gott. Merlin, bitte nicht Merlin. 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 Kommt irgendwie ein bisschen komisch vor, der Name. Bam. Sinnvoll. Merlin. Merlin. Ja. Ist richtig. Gut. Okay, das kann ich immerhin lenken. Das ist doch schon mal was. Und tschüss. Bam. 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 Sinnfrei. Richtig sinnfrei. Ach du Scheiße. Macht halt viel Schaden. Wieso macht der denn so viel... Krass, ey. Ich hab... Der wurde ja nur einmal getroffen. Oh. Cool. Bitte nicht. Der Typ mit 71. Ja, sauber. Ich hab nur ne reelle Chance, Leute. Ist der behindert? Was wird das denn? Ich hab kaum HP. Kaum HP hab ich. Kiri. Komm her, Big Bird. Was soll ich denn da jetzt machen noch? Mit dem bisschen HP, was ich hab. Boah, schlimm, ey. Kann ich halt wenigstens hier zwischenpacken? Natürlich nicht. Ja, ich bin tot. Komm her, man. Okay. Hasta la vista, Baby. Weil, auch wenn der jetzt dagegen ballert, der wird sie ihm Schaden machen, glaube ich. Oh, nein. Elf. Super, ich bin tot. Leute, warum... War doch so knapp. Guckt euch mal die AP von denen an. Scheiße. Ja, okay. Nochmal versuchen. Ja, Ruckel. Ja. Okay, jetzt läuft es wieder. Kleine Downtime am Anfang. Luftangriff. Ähm, Luftangriff. Mach ich dann mal direkt hier hin. Ja, so. Hoffentlich trifft er doch alles. Ja, fast. Aber ich wollte ja, dass die AP explodiert und der davon nichts hat. Der Penner. So, und jetzt versuch dich bitte zu mir durchzubauen, damit ich da durch kann, schnell. Was macht er denn? Cool. Im nächsten Zucht bist du durch, wenn du dich gut anstellst. Kann ich den hier noch... Oh. Kann ich den hier noch abballern? Tschüss. Ja, ja. Fick dich. Los. Bam. Noch einen Schuss und du bist tot und dann kann ich oben durch. Wäre jetzt halt nur doof, wenn er jetzt drankäme. Oh, cool. Glück gehabt. Ah, der macht immer einen Behindertenzug. Der geht jetzt wieder nach ganz rechts, glaube ich. Oder der springt runter und legt eine Bombe. Irgendwie sowas. Doch nicht. Also manchmal verstehe ich die Leute nicht. Was war das denn? Ist ja nett. Verletzt du dich auch nur selbst. Boah. Die Verlockung ist zu groß, Leute. Tut mir leid. Na, obwohl... Nee, das kann ich nicht... Nee, dann ist... Dann trifft er mich nach. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Egal. Dann mach ich ja dem nächsten Zucht, wenn er da noch geht. Ihr wisst ja zwar nicht, was ich vorhab, aber... Wenn er gleich noch geht, dann... Könnt ihr ja beobachten. Noch ein bisschen verstecken. Und jetzt bleibt bitte da. Ja, sauber. Cool. Er ist durch. Ja, und er stellt sich da auch noch hin. Was ein Idiot. Jetzt ist das ja sogar noch besser. Geil. Einfach geil. Komm her, Big Bird. Volltrottel. So. Oh. Nein. Und? Wie viele sind tot? Okay. Geil. Der eine hat nur noch ein HP. Wart ein Dreck. Ein HP. So ein Dreckslacker. Fick dich, du da rechts. Fick dich einfach. Hoffentlich steckt da jetzt gleich eine Bombe ein. Ja, spring... Ja, genau. Springst du immer? Wollte schon sagen. Was hat der denn jetzt vor? Oh, nee. Ja, das wird mir sehr wehtun. Na toll. Ein Dynamit da runter und der ist...